Norddeutscher Rundfunk 2021 Endlich frei. Freizeit ist für viele die kostbarste Zeit. Darum müssen wir uns gut überlegen, warum die Gäste sie ausgerechnet bei uns verbringen sollen. Bei der neuen Strategie von St. Gallen Bodensee Tourismus haben wir aus diesem Grund die Gästenperspektive in den Fokus gerückt. Aber nicht genug. Genauso wichtig ist, was bringt Tourismus den Einheimischen? Die Wirtschaft? Und wie belastet das unsere Natur? Alles unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach. Wir haben darum entschieden, wir machen nicht alles. Wir wollen nicht alle. Wir wollen Qualität statt Masse. Denn unsere Region steht seit jeher für Spitzenklasse. Darum haben wir unsere Positionierung geschärft und auf die drei wichtigsten Geschäftsfelder ausgerichtet. Auf die Messe, Kongresse und Veranstaltungen. Auf unsere Kultur- und Wissensinstitutionen. Und auf unseren einzigartigen Erlebnisraum. Die hochwertigen Angebote ziehen spannende Gäste an. Cool! Aber das allein reicht nicht mehr. Uns muss auch interessieren, wie kommen die Menschen zu uns? Profitiert auch jemand davon? Und wie nachhaltig ist das? Wir setzen den Tourismus darum in den Gesamtkontext unserem Lebensraum. Angefangen mit einer smarten Verkehrsführung aus ÖV, Langsam- und Individualverkehr, bis hin zu verbindenden Erlebnissen zwischen Einheimischen und Gästen. Qualität heisst auch, dass wir Erfolg nicht mehr einfach in Logiernächten messen, sondern auch in der Wertschöpfung der gesamten Wirtschaft und in den Auswirkungen auf unsere Lebensqualität. Sie sehen, wir verstehen unter Tourismus mehr als Restaurants und Hotels. Darum muss auch jemand für die ganze Zeit Verantwortung übernehmen und wie den Dirigenten die verschiedenen Stakeholderinteressen aufeinander abstimmen. St. Gallen-Bodensee-Tourismus übernimmt darum neu vier klare Rollen. Wir übernehmen die touristische Führung der Destination und sorgen für einen starken Gesamtauftritt. Als Gastgeber sind wir sympathische Gesicht für unsere Destination, z.B. bei der TouristInfo. Wir sind die Marketing- und Kommunikationsagentur für unsere Destination. Und mit den Destination Services unterstützen wir unsere Mitglieder mit massgeschneiderten Dienstleistungen. So sind alle unsere Aktivitäten auf unsere Mission ausgerichtet. St. Gallen-Bodensee-Tourismus fördert, betreibt und organisiert nachhaltigen Tourismus in der Region St. Gallen-Bodensee. Mit Blick auf die Ostschweiz und zum Nutzen des Lebensraums. Damit uns das gelingt, schaffen wir mit allen unkompliziert zusammen. Gehen sorgsam mit unserer Tradition und unseren Wert um. Und treffen mit unserer weltoffenen Art den Puls der Zeit. Sie wollen mehr über unsere Strategie 2027 erfahren? Kontaktieren Sie uns. Wir erzählen Ihnen gerne alles darüber.